Hülsenfrüchte wie Lupine, Erbse und Ackerbohne werden von verschiedenen Blattrandkäferarten befallen. Ein typisches Schadbild ist der sogenannte Buchtenfraß an den Blättern. Dabei wird der Blattrand sichelförmig ausgefressen und es entstehen nacheinander kleine Ausbuchtungen des Blattrandes. Der Fraßschaden kann in der gesamten Saison von März bis Oktober auftreten und schädigt vor allem Jungpflanzen. Gut entwickelte Pflanzen kompensieren einen leichten Fraß ohne größere Probleme. Der große Lupinenblattrandkäfer mit einer Länge von 7 bis 10 Millimeter ist durch einen deutlichen Aalstrich auf der Mitte seines Halsschildes gekennzeichnet. Er bevorzugt Lupinen als Nahrungspflanze ebenso wie der fast gleich große graue Blattrandkäfer mit einer Länge von 5 bis 10 Millimeter. Dieser ist jedoch meist einheitlich grau gefärbt. An Erbsen und Ackerbohnen ist besonders der deutlich kleinere, gestreifte Blattrandkäfer mit einer Länge von 3 bis 5 Millimeter häufig zu finden. Allgemein sind die verschiedenen Blattrandkäferarten gut an ihrem schnauzenartig verlängerten Kopf zu erkennen. Sie haben kräftige Beine und kurze abgewinkelte Fühler, die sich am Ende leicht verdicken. Die Käfer sind hauptsächlich nachtaktiv. Bei Störungen verstecken sie sich oder lassen sich von der Pflanze fallen und verharren regungslos, sich totstellend am Boden. Durch ihre graubraune Färbung sind sie auf dem Erdboden mit bloßem Auge nur noch schwer zu entdecken. Die Käfer überwintern von Oktober bis März im Boden. Im Frühjahr fressen sie zunächst an Robinie und Ginster sowie krautigen Leguminosen der Saumbiotope des Grünlandes oder in Klee- und Luzernefeldern, um dann später vom Feldrand her in keimende Körner-Leguminosen einzuwandern. Von Mai bis Juli legen die Weibchen Eier frei auf Pflanzen oder am Boden ab. Ein einzelnes Weibchen kann in ihrem Leben über 1000 Eier produzieren, die nach dem Ablegen durch Regen in den Boden gespült werden. Hitze und Trockenheit schaden allerdings den Eiern und Larven und verursachen eine hohe Sterblichkeit. Etwa zur Blütezeit der Pflanzen schlüpfen die beinlosen, cremeweißen Larven und beginnen in den Knöllchen zu fressen. Ältere Larven fressen dann auch an den Wurzeln. Die Larven im Boden richten einen weitaus größeren Schaden an als der Blattfraß der Käfer. Die Schädigung der Wurzelknöllchen beeinträchtigt die Nährstoffversorgung und Stickstofffixierung im Boden und führt zu Ertragsminderung und Verunkrautung des Bestandes. Die Wurzelverletzungen verursachen darüber hinaus mehr Pilzinfektionen an der Pflanze. Die 5 bis 7 Millimeter langen, engerlingsartig gekrümmten Larven verpuppen sich schließlich im Boden und schlüpfen ab Mitte Juni bis August. Die natürlichen Feinde der Blattrandkäfer werden durch Saumbiotope und Reduktion synthetischer Pflanzenschutzmittel gefördert. Dazu gehören die räuberisch lebenden Laufkäfer und Kurzflügelkäfer, die Blattrandkäferpopulationen um bis zu 30 Prozent reduzieren können. Vorbeugend gegen einen Befall ist die Nähe zu Beständen von Kleegras, Wintererbse und vorjährigen Leguminosen zu meiden. Zusätzlich sollte eine optimale Keimung sowie Jugendentwicklung der Pflanzen gefördert werden. Durch das Anlegen von Saumbiotopen werden die natürlichen Feinde der Blattrandkäfer gefördert. Im Gemüseanbau oder im Kleingarten können Kulturschutznetze die Einwanderung und Eiablage der Käfer verhindern. Eine chemische Bekämpfung in großkörnigen Leguminosen, zum Beispiel der Ackerbohnen, ist nur bei starkem Befall bis etwa zum Sechsblattstadium erforderlich. Der Bekämpfungsrichtwert liegt bei 50 Prozent der Pflanzen mit Fraßsymptomen bis BBCH16.